Provin Nature ist das Bambus-Baumwolltuch für empfindliche Oberflächen und eine saubere Umwelt. Reinigen Sie Ihre empfindlichen Oberflächen effizient und mit einem guten Gewissen. Gerne auch dort, wo klassische Mikrofasertücher nicht empfohlen sind, wie zum Beispiel an manchen Duschkabinen. Das Provin Nature besteht aus Bambus und Baumwolle und sorgt mit dieser Faserstruktur für einen sauberen Haushalt und eine saubere Umwelt. Denn es ist zu 100% kompostierbar und nach 16 Wochen im Kompost komplett verrottet. Zudem ist es zertifiziert mit dem Ökotex-Label. Das Provin Nature – das ökologische Bambus-Baumwolltuch.